Doni liegt auf dem Rücken und hat seine Beine an meine Hüfte. Ich drehe mich zur Seite und möchte an ihm vorbeikommen. Aber Doni dreht sich immer mit. Nun wende ich die Zitronenpresse an. Dafür greife ich beide Beine und drücke sie auf seine Brust. Und drücke die Zitronen einmal aus. Und drücke die Beine nun auf die Seite und lege mich drauf im Pfandkupen. Noch einmal. Man kann dabei an den Fußgelenk fassen oder an der Hose. Ich presse die Beine auf die Brust wie bei einer Zitronenpresse und drücke ihn auf die Seite.